Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer neuen Ananas reichen Folge Fall Guys Ja, ich bin jetzt eine kleine Ananas Den Ananas Skin wollte ich ja jetzt schon länger haben Und ja, den habe ich mir jetzt geholt, denn der ist jetzt gerade wieder im Shop drin gewesen Und ja, es geht ja auch schon direkt los Und ich muss sagen, ich hätte gerne noch das Unterteil für die Ananas Da ich das aber jetzt noch nicht habe, habe ich erstmal einfach ganz normal unten gar nichts ausgewählt Und habe einfach nur, ja, die orangene Farbe genommen Und ich finde, das geht eigentlich auch so klar, wenn man sich das so ansieht, ja Geht auch so klar, wie ich finde So, jetzt müssen wir erstmal hier nach vorne drücken und kämpfen Denn wir hängen auf jeden Fall gerade mit recht weit hinten hier Ja, ich hänge auf jeden Fall mit sehr weit hinten Also ich muss auf jeden Fall viel weiter vor Komm schon Lauf, 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 lauf Okay, wir sind weiter Sehr schön Die zweite Runde wartet auf uns schon mal Erste Runde haben wir schon mal geschafft Sehr gut Noch 41 Mann sind wir jetzt Ja, mal sehen noch, wie weit wir es überhaupt zu schaffen Es wäre schön, wenn wir eine Ananas wären Die sich die kleine Ananas-Krone holt Aber wird dies gelingen Tja Das würden wir rausfinden müssen Na, was kommt nun? Ach, meine Lieblingsaktivität Meine Lieblingsaktivität kommt Okay Ich probiere dann wieder mal Die Bälle zu beschützen, würde ich sagen Los geht's Okay Bälle hier rein bei uns Ja, komm Nein Mist Er fliegt ein bisschen zu sehr nach draußen Gut Mehr bei uns rein hier So Und ich probiere die dann jetzt ein bisschen hier zu beschützen Das Ding jetzt Mehr oder weniger So ist schon mein Job Nein Nicht abhauen mit dem Ball Hey Lass das sein Oh, dort hinten hauen auch wieder welche ab Komm Der Ball muss in Sicherheit bleiben Naja, unsere Leute müssen halt irgendwie bloß auch ein bisschen mehr hier reinbekommen Okay Jetzt haben wir wieder drei Die blauen null So wäre es perfekt, das zu halten Uh, dort hinten Wir verlieren wieder einen Dürfte knapp werden Ich probiere halt auf jeden Fall hier den Ball zu beschützen die ganze Zeit Okay Der hat glaube ich fliege jetzt langsam raus Oder? Wohl, nein Ja, sieht gut aus Ruhe Komm Äh, nein Jawohl, wir haben wieder drei Nein Der darf jetzt ja nicht rausrollen Komm schon Der muss jemand abhalten dort Jawohl Wir sind weiter Sehr schön Wieder in die nächste Runde geht's Wir gelben Und die blauen sind weiter Ja, bei dem blauen muss ich ehrlich mal sagen Verwundert mich schon ein bisschen Ich hätte eher damit gerechnet, dass die Ja Dass die anderen rausfliegen Rot und blau Ja, für rot sah es ja vorhin viel viel besser aus Statt für blau Aber nur gut So Jetzt heißt es nicht runterfallen Eine schwierige Aufgabe, vor allem mit dem Schubsen Das Geschubse gefällt mir hier leider nie so Nein, was heißt leider Gefällt mir halt dir einfach nicht Aber so ist es nun So Ja, man darf auf jeden Fall nicht hinfliegen, wenn das Ding kommt Was ist das auch mehr oder weniger für einen Nein, hallo, halt mich da nicht fest Komm Ja, jawoll Hallo Lauf Lauf Sehr gut Oh, jetzt wird's schwer Springen So, wieder springen 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 Nein, nicht hinfallen Springen Oh Ja, komm Entschuldigt mich, wenn ich etwas ruhiger jetzt gerade werde Ich probiere mich gerade Voll darauf zu konzentrieren Dass wir das hier schaffen Komm schon Ja, hier rüber, kleine Ars Jetzt wieder hier rüber Jetzt gleich kommt Hobro wieder was zum Springen Darum gehe ich aus Jawoll Wir sind weiter Sehr schön Wir sind wieder weiter Eine Runde Puh Wir nähern uns auf jeden Fall die Finale Dem nähern wir uns auf jeden Fall Okay, zehn Spitzen kommen jetzt nur noch mal davor Danach heißt es dann Finale Okay Ja, das finde ich einfach Okay Ich probiere meine alte Taktik hier wieder Nein Wow, das schubst mich das mal an Hä, wo kamen die Bälle hier gerade Da sind gerade irgendwie kleine Dinger von oben runter Habt ihr das gesehen? Ja, das ist eltsam Nein 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 Komm 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 Jawoll Geschafft Aber auch sehr knapp Ich glaube ich war fast runter geflogen Hätte man mich noch ein bisschen mehr geschubst Puh Okay Finale Ich bin da Und ich bin bereit Komm Es geht los Ihr tut's ernst Los 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 Ja So weit So gut So weit So gut Komm Nein Nein Da sind andere viel weiter schon Als wir Mist Los Lasst euch doch irgendwie von etwas erwischen Jetzt Das wäre jetzt noch mal hilfreich Naja Oder wenn die jetzt den Sprung dort nicht schaffen Mit der Krone Na super Jetzt geht die Krone auch noch runter Nein Ah, schade Schade Wir sind doch noch weit gekommen Hier Aber ja Für den Sieg hat es nicht geschafft Geklappt Na Die Taube hat gewonnen Super Ne Taube auch noch Die schlimmsten Die schlimmsten von allen Aber nun gut Immerhin bekommen wir ein Levelaufstieg Und dagegen habe ich auf jeden Fall nicht Einzelnen So, den Hotdog Skin haben wir jetzt als nächstes Beim nächsten Levelaufstieg gibt es dann für uns nochmal eine Krone Sehr schön Gut, dann ab ins nächste Match würde ich sagen Das eben lief auf jeden Fall insgesamt gesehen sehr sehr gut Da wären wir auch schon im zweiten Match So, schauen wir mal wie weit wir jetzt kommen Eben ging es ja an sich eigentlich ganz gut Ja Also wir sind zumindest halt weit gekommen Aber für den Sieg hat es hat bloß nicht geklappt Deswegen, mal sehen Wie weit wir nun kommen So Let's go Jawohl Ja, wir hängen auf jeden Fall gerade mit ganz vorne hier dabei Kommt bitte hier durch Jawohl Sehr schön Jetzt probieren wir hier unser Glück Nein, Aua Gegen eine harte Wand springen ist nie angenehm Jawohl Sehr gut Wir rücken uns hier Nein Und hier Nein Okay, ich hätte lieber den Weg nehmen, sondern wo auch alle anderen jetzt so sind Nein Nein Komm Schnell auf Fall doch nicht hin Kleine Ananas Wenn du nochmal hinfliegst, esse ich dich Glaub mir, du wirst mir schmecken Ja Du solltest lieber Angst haben Nein What What Ich bin noch nie in der ersten Runde ausgeschieden Glaube ich noch nie What Okay Ich glaube, das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert Ja, okay Das vergessen wir jetzt einfach mal Und Ab in nochmal ein Match, würde ich sagen Ah, da sind wir wieder Das von eben Vergessen wir einfach mal Wir tun jetzt so, als ob das einfach nie passiert ist Ist auch nie passiert Und los geht es jetzt hiermit So Erste Ding haben wir schon mal überquert Zweite Ding auch Dritte So Komm Wiederspringen Ja Jawohl Das haben wir auch geschafft Nein Ich bin doch eine traurige Ananas Ich bin wirklich eine traurige Ananas Komm, hier rüber Jetzt Jetzt muss es was werden Los Geh runter Geh runter Oh Jawohl 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 Sehr gut Ach, diesmal haben wir es wieder geschafft Gut Ich bin eine glückliche Ananas Nichts anderes Nichts anderes wollte ich hier im Leben sein Außer eine Ananas Ich bin eine süße kleine Ananas Ich habe auch schon immer damals Darum geträumt Aber nun Ist es wahr geworden Ist es nicht schön Ja, das ist schön So Hexenwerk ist jetzt dran Das hatten wir sogar länger nicht mehr Okay, los geht's So, ich lasse mich verhexen vor dem Komm her Hallo Verhexe mich Hallo Hinter dir Dreh dich um Kleiner Mann Ich möchte mich verhexen lassen Damit ich deine teammates mehr verhexen kann Hallo Hallo Ach, verhexe mich doch Ich will doch dann deine teammates verhexen Komm, komm her Ja Sehr schön So Einen seiner teammates habe ich schon mal Zwei seiner teammates habe ich Weiter geht's Drei Jawohl Ja, komm, bleib stehen Mammut Manni Bleib stehen Sehr schön Weiter gekommen wieder Sehr, sehr schön Das haben wir da auch wieder gut gemacht eben Zack Da sind sie alle weg So, sehr gut Wir nähern uns wieder dem Finale Das Finale sollte dann eventuell Hier danach kommen So, los Das hier was jetzt dran ist Ist auf jeden Fall nicht immer einfach So viel kann ich dazu sagen Komm schon Hoch, 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 hoch Ja, hier rüber Oh nein, ich bin hingefahren Ja Ja Sehr schön Komm Springen Und jetzt die letzten Meter gehen Jawohl Geschafft Geschafft haben wir es wieder hier Geschafft haben wir es wieder hier Sehr gut Bitte als Finale das mit dem runterfallen und so weiter Das wäre cool Das wäre cool Wenn das jetzt kommen würde Ach nein, nochmal Bergspitze Ach man Schade, dass das andere jetzt nicht kommt Aber nun gut Dann gehen wir mal hier Unser Beste ist nochmal So, ab Ab geht's So, wir nehmen wieder Büschen die gleiche Route An sich hat es ja vorhin eigentlich ganz gut so geklappt Mit dieser Route hier Ja, komm Nein Nein, ach wow Jetzt bekomme ich auch noch zweimal den Ball ins Gesicht Ach, damals Auch schon Und jetzt hier auch Oh 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 Nein Schade Ach man Richtig weit nochmal hier gekommen Ach man Der arme Ananas Boy Schade Okay Ich muss sagen Dieser Mode hier Der ist echt ganz cool Den der dort hat Okay Immerhin sind wir wieder schön weit gekommen Immerhin das Gut Leute Aber die sagen Machen wir jetzt hier wieder Schluss mit der Folge Ich hoffe euch hat die Folge ein bisschen gefallen Lasst mir gerne Bewertung da Und ja Bis zum nächsten Mal Tschüssi Okay Vielen Dank.